Die Schaufensterkrankheit ist ein Synonym für die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Patienten mit dieser Krankheit haben Gefäßverengungen oder Gefäßverschlüsse, die letztlich zu Durchblutungsstörungen im Bereich der Beine führen. Das hat zur Folge, dass der Patient unter Belastung Schmerzen vorzugsweise in der Wade bekommt und gezwungen ist, stehen zu bleiben. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie bei einem Einkaufsbum, wenn man läuft und bleibt am Schaufenster stehen. In dieser Phase bekommt der Muskel wieder genügend Sauerstoff, sodass die Schmerzen nachlassen und der Patient wieder loslaufen kann.